dann mal los 321 tada hallo wir sind am start mit folge 6 der leitwölfe ja hier sind andré und phil mit der nächsten folge aus dem home office ja mal wieder das hat sich ja bei folge fünf schon bewährt wir haben versucht das ganze noch mal zu optimieren und ja bitten da um rückmeldung ob die optimierungswelle auch wirklich verfängt und funzt ja liebe leute daraus ihr merkt schon wir wollen diesmal auch ein bisschen schneller reinkommen schneller zum thema kommen sagen wir erst mal direkt eine der allerwichtigsten sachen wir sind ja auf youtube gegangen die woche also ist noch keine woche dass wir uns in folge 6 ist das hier jetzt schon also insgesamt 7 mit 0 aber die rechnung erkläre ich jetzt nicht noch mal die rechnung ist aber mega gut ja die ist super die rechnung schaut out an alle matte päpste da draußen schon mal direkt ja und alle matte erhards und ja und zwar hat folge folge 5 sport innerhalb von einem tag über 100 aufrufe auf youtube und wir sind relativ schnell auf ich glaube bald schon 30 abonnenten auf youtube und für uns kleine anfänger podcaster ist das schon sehr geil danke ja ja vielen vielen dank und ja also ihr arbeitet mit dass wir aus dieser unter haben unteren amateurliga irgendwann in die nächsthöhere amateurliga aufsteigen weit niedrigste amateur ja sehr schön sehr schön ja vielleicht noch ganz kurz auf die zuhörer reaktionen obwohl das youtube ist wenn es ja eher zuhörer anstatt zu schauer ja natürlich ich habe ja schon gesagt das habe ich im kommentar ja schon kommentiert natürlich kann mit mail ganz wichtige sachen machen und nach das ist halt viel ist zugezogen immer noch mal ein bisschen welt im schutz für ihn morgen zum beispiel werde ich eine ganz ganz essentielle sache für einen saarländer zubereiten wo man mail benötigt und darf ich raten du darfst raten ja ich kenne zwei begriffe und das eine wären gefilde gefüllte gefilde falsch okay warte warte zweiter versuch ich habe noch einen versuch geheirate geheiratete töte ja das ist ja direkt noch mal eine ein regionaler krieg quasi also das erste wäre das selber nee 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 das erste wäre gefilde net gefilde gefilde ist sowas wie in die heimat kommen heimatliche gefilde das ist ja jetzt wieder standarddeutsche begriff ist schon klar aber ich habe ja gefüllt gefüllt kennst du gefilde aussprechen gehört oder ich dachte das zumindest ja ja dachtest du ja genau tut mir ja ist okay nee also gefilde macht man nett mit mail also da braucht man klosteig dafür ne also das heißt also das saarländische gericht und da kommen wir zu diesem geheiratete was du da gesagt hast oder verheiratete oder das ist das weiß ich wie es bei uns normalerweise so heißt mail knäpfchen und krumm wäre das ist also das was bei uns quasi hier schiffweiler downtown ne eigentlich leopoldsthal downtown eigentlich so der begriff dafür ist es heißt also mail knöpfe ich ersetze das mal kurz für dich noch mal mit kartoffeln so das hatten wir letzte woche gehabt und natürlich dann apfelmus dabei nein morgen werde ich mich an der dippellappes mache das ist ja auch so ein kartoffel lastiges produkt wie eigentlich alles was die küche so bietet kenne ich auch also aus den trierischen dippellappes und auch die le maupis da ist sowas ähnliches irgendwo zwischen pfannkuchen eierkuchen und keine ahnung was je nachdem regional normal unterschiedlich ne mit kartoffeln und anderen sachen drin gibt es verschiedene varianten auch oder bin ich da falsch omelette ist es eigentlich nett nee kein omelette aber mit eiern und mehl und also ich erkläre es ganz kurz aber nur kurz weil ich bin ja da nehme ich krumm wäre da nimmt ich krumm wäre raps die also guckst dass die möglichst in streifen also nicht ganz so extrem wie pommes also bei einer rappe quasi zubereitet sind machst lauch rein machst eier rein und hat zwei össerlöffel mehl zum binden und halt gewürz zu einer pfeffer salz mal kann natürlich auch sehr viel macchi rein machen so und dann brät man das quasi in einer pfanne in einem tippe das kenne ich auch den begriff ja das kennst du das ist da bin ich schon stolz auf dich dann ja lässt man das ganze eine schöne kost kriegen kostet also vom prinzip dass man es anpackt und ja wenn das eine gewisse konsistenz dann hat kann man es dann nachher dann auch wir mit apple muss zum beispiel verspeisen und das ist ein sehr sättigendes aber auch sehr leckeres regionales gericht so klingt es auch inwiefern magi in kombination mit apfelmus dann auch schmeckt versteht glaube ich auch nur ein wasch echter saarländer aber vielleicht hast du damit noch mal eine neue kategorie schon wieder eingeführt gerade nämlich unser rezept der woche mit magi also ich bin eigentlich gar kein so großer magi fanatiker aber da gibt es ich kenne durchaus sehr sehr viele liebe großer mein schwager timo ja aber andré ist passiert schon wieder und deswegen jetzt ohne und ohne spaß ich mache schon so andeutungen ja und ohne jux ohne jux auch zum thema doch mit jux denn das thema der heutigen folge folge 6 der leitwölfe im podcast hier auf youtube trägt den wunderschönen titel jux gedöns wer ist auf diesen bescheuerten titel gekommen ist ja auch egal ist eine gute frage wir hatten ein team meeting das war glaube ich noch alle das war glaube ich noch im februar da haben wir so ein paar ideen mal abgesteckt und da haben wir noch ja motiviert genau und haben gedacht dass das solche welchen schlägt und ja dann dann kamst du plötzlich sagt ja das war mal folge das war wahrscheinlich weil du alle anderen folgen schon ausgeplant hat ist und ich dachte ich will auch irgendwann ja dann mach doch mal eine idee für eine folge ja ich weiß nicht was aber schreib einfach hin jux gedöns genau ich erinnere an think back das war auch nicht von mir stimmt ja ja zum beispiel kommen immer von mir genau deswegen hat think back bisher die wenigsten aufrufe aber ist okay wir machen einfach mal weiter wir machen ich bin einfach mal weiter hier aus das ganze technisch irgendwie ins laufen bringt immerhin habe ich mittlerweile der der praktikant der der wer wieso neuerdings ich wollte sagen okay immer schon immer da da habe ich aber keinen gesehen oder war ich so dumm da habe ich nur katzen gesehen nene es ist ja katzen katzen haben wir leider haben wir sehr viele drei haben also zwei katzen ein kater alle miteinander verwandt also oma mutter sohn und nein wir haben ja schon etwas länger eine hündin die allerdings wird bei großen events quasi rübergebracht dann zu meiner mutter die dann quasi die versorgt weil die echt total schreckhaft ist keine ahnung warum also so ein griechischer promenaden mich links import aus dem tierheim und das ging am anfang recht relativ gut mit ihr aber irgendwie mittlerweile wir haben die jetzt paar jahre schon ist die etwas schreckhaft geworden und deswegen und ja es hat dann dreht doch manchmal ziemlich durch auch jetzt bei postbote kommt oder sowas und deswegen wenn dann zu viele leute bei uns sind oder halt nirnberg auch dann zu besuch ist gucken wir das mal so halt dann kurz ausquartieren ja aber jetzt hat sich kann eben laut stark zu wort gemeldet man hat es man hat es glaube ich gehört man hat sie ein bisschen gehört aber das ist ja auch so ein leitmotiv der leitwölfe dass dann immer irgendein besonderes hintergrundgeräusch kommt von dem man aber vorher noch nicht weiß was es sein wird dass du ein bisschen helge schneider ich war mal auf dem helge schneider konzert in berlin und der hat den den genialen helge schneider spruch gebracht der einfach so passend für ihn ist ich habe dem nächsten lied einen fehler versteckt weiß aber noch nicht welchen das ist auch so ein bisschen so mit dem leitmotivischen ton intruder den wir immer irgendwo drin haben letztes mal war es das telefon das hat mirakulöserweise dann nach einer sekunde aufgehört zu klingeln na nun wie ist das denn gewesen hat irgendjemand herumgeschnippelt dass das auf einmal direkt weg war wir wissen es nicht wir werden es nie erfahren was wir haben aber so dieses geschrieben wie immer ist eigentlich was macht ihr heute ihre wölfe ja wir wir reden über jux und gedöns also ihr merkt schon worum es geht also das ist wir sowieso immer machen wir reden quatsch jetzt reden wir auch noch quatsch mäßig über das thema quatsch und witze und jux und so ein thema soll ich mal mit dem zitat quatsch mit der definition und der wortherkunft direkt anfangen ja hau raus dann haben wir sie nach uns auch im zugehörig zur ersten kategorie dann nämlich die da heißt wortleichen oder manchmal auch anachronismen die frage ob das vielleicht für kiddies schon ein begriff ist den die nicht mehr verwenden etwas tun aus jux und dollerei oder auch tollerei umgangssprachliche wendung hier steht der begriff jux also jetzt j u x für spaß oder scherz und so und wo kommt er her etymologisch ja oder historisch kulturell angeblich es gibt da so eine sache habe ich gefunden vielleicht von fahrenden kirchenmännern klosterdudes irgendwie mal geprägt und dann hat sich das verbreitet ja der begriff dollerei hingegen also eigentlich korrekt müsste es tollerei heißen weil man kennt ja auch noch früher das ist jetzt eine andere wortleiche wenn man sagt du bist doch toll dann nämlich der begriff der eigentlich der tollwut näher ist als dem begriff toll im sinne von schön gut wunderbar jemand ist ja toll also verhält sich verrückt oder nicht der norm entsprechend oder so oder irgendwie abweichendes verhalten zeigt jemand und auch dieses tollen herumtollen hier steht also die dollerei in in der wendung jux und dollerei für ausgelassenheit und ja etwas aus langeweile scherzhaft einfach etwas tun das heißt einerseits die eine komponente ist man weiß gerade nicht was man sonst mit seiner zeit machen soll und die andere komponente ist man will was tun was aber leute zum lachen bringt oder irgendwie witzig ist und das wäre genau und dollerei juhu damit kommen wir zu dem begriff gedöns das darfst du jetzt erklären alter du hast das eingeführt okay also gedöns heißt also vom prinzip her ist das ich bin jetzt völlig unvorbereit dass ich gedöns erklären soll das erklären muss also vom prinzip her geht es darum dass man das ist ja ein bisschen abschätzig dann so für 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 zeug also und ja es geht also darum ist natürlich jetzt hier als metapher auch irgendwie gedacht dass jux gedöns ja irgendwie schon immer sagt okay es soll was witziges sein es soll was aus spaß sein aber ist das immer sinnvoll und ist das jetzt eher kram also sind im sinne von sachen die man halt eigentlich wegwerfen kann ist das kunst oder kann das weg das werden wir uns also jetzt quasi so ein bisschen zur brust nehmen und ich steige dann noch gerade kurz ein mit einem anderen zitat aus einem meiner lieblingswerke von georg büchner und ich bin ja ein großer fan von büchner weil ich das schon richtig geil finde was der in der kurzen zeit also gewuppt hat und woran ist er gestorben noch mal lungen irgendwas mit lungen bestimmt ja ja immer auf jeden fall es war glaube ich eine lungenentzündung im endeffekt ich weiß es jetzt gerade nicht müssen aber in leonze und lena oder leonze und lena je nachdem wie man es aussprechen möchte ich bin für leonze und lena ist der mega coole leitspruch drin müßig gang ist aller laster anfangen und genau so hat vom prinzipien jetzt kommen wir zu uns hier wenn ein mac madoc und ein doktor phil aufeinandertreffen in einer dienstbesprechung also für alle nicht dienstbesprechungs geschädigten das ist also ein highlight der ja des dienstalltags in allen beamten und öffentlich öffentlich irgendwie tätigen gremien arbeitenden menschen ja da kommt man manchmal durchaus zum müßig gehen und in diesem rahmen ist unter anderem die theater ag ja entstanden mit so einem halb so sachen entstanden ja absolut großes entsteht immer im kleinen und das haben wir natürlich auch gelebt also theater ag und der podcast ist ja vom prinzip ja auch ähnlich entstanden nach dem motto und dann hattest du die idee ich werde immer dafür dann wir machen einen podcast da hätte ich voll bock drauf und du sagst dann ja und dann machen wir das ja also zweimal jetzt und ich muss das noch immer machen vor allem wenn ich irgendwie mal einen neuen kühlschrank brauche oder so aber ich habe hier du kannst ja mal du kannst das ja mal spendieren oder ja aus juckst und dollerei macht man das einfach aus juckst und dollerei wird das plötzlich ja aus spaß wurde ernst gut okay und ernst ist wie alt nein ist egal kommen wir jetzt ich habe in meiner ich habe damals die abgerede gehalten bei uns mit einem guten freund von mir zusammen liebe grüße raus an tobi und da habe ich den tollen spruch eingebaut ernst steht vor der tür und klopft jetzt fragt man sich welcher ernst der ernst des lebens toll oder also ich weiß nicht ob es ein kompliment ist aber du hast die seite nicht verändert oder ich wollte auch gerade habe ich selber habe ich schon raus gehört so er war damals schon so verschoben also die also wie soll ich sagen die wortspielkasse wäre bei dir immer prall gefühlt da wird es auch natürlich wenn die folge jucks und dollerei heißt hallo heute was geben will ich nur schon mal ankündigen also wer jetzt noch ausmachen kann ich sage ich verrate aber nicht wann ja und wer wer die wer die eiszeit von phil skippen kann der kann dann zu den wesentlichen sagen kommen und um die wortspiele rum kommen nee spaß sondern schießt los du hast ja glaube ich was vorbereitet gut ich dachte wie auch in den letzten beiden folgen würde sich anbieten sprechen wir auch noch einmal ein weiteres mal über die in anführungszeichen quarantäne also wir beide sind nicht in quarantäne wir beide nehmen aber wieder getrennt voneinander auf das ist ja auch klar ja in diesen coronatagen hier und zwar in die wir schon gehört haben andre in downtown schiffweiler und ich ja in uptown saarbrücken und ja witz zu machen in dieser zeit ist es ist es wichtig ist es ist ja eine ernste zeit es sterben leider auch menschen in deutschland sieht es ja für die verhältnisse im vergleiche man jetzt noch mit spanien insbesondere mit italien vergleicht sieht es ja für uns im moment noch sehr viel besser aus auch was die sterblichkeit und die verläufe so angeht und auch wie wir versorgt sind ist es aber trotzdem eine sehr sehr ernste zeit also muss man da auch den gebürtigen gehörigen den nötigen ernst immer zeigen und auch witzige menschen ihre witze im zaum halten wir haben kurz vorher darüber gesprochen und beide schon gesagt nein eben nicht ja ich glaube gratis haben wir ja auch in der quarantäne folge die ja so unglaublich schlechte tonqualität aber es war uns ja wirklich ein anliegen dass man deswegen auch den kram hier online bringen um halt etwas abwechslung zu bringen um die leute auf andere gedanken zu bringen um hier und da vielleicht mal auch ein bisschen lache zu erzeugen sei es nur wegen unserer amateurhaften deppenhaftigkeit oder sei es einfach so weil das ganz doch ganz witzig ist ja und da müssen wir ja da wollten wir auf jeden fall noch mal neu ansetzen übrigens gestern habe ich ja ein paar sachen herumgeschickt für unser home office und auch noch mal so arbeitsanregungen an die schüler aber auch dass dann ja ein blind kopie an die kollegen auch die damit was anfangen könnten und jenny hat mal gestern geschrieben vielen dank für die unterlagen habe ich mal gefragt ob ich das in zukunft auf die neue e mail adresse leiten soll liebe deutschkollegin jenny grüße an jenny ja noch auf jeden fall ich hoffe dass weiter also sie hat dann aber gesagt sie hat es noch gar nicht gehört soweit ja und das habe ich da cool das ist vielleicht der grund warum sie noch mit mir jenny das können und müssen wir beide als deine kollegen aus der deutsch fachkonferenz bei uns an der an der schule natürlich nur mit einem mit einer phonetischen floskel kommentieren die laute aber sie ist glaube ich schon dran am nachholen von daher wenn da mal irgendetwas kommt und es ist keine morddrohung dann ist alles cool gut genau also wir haben gesagt wir machen hier leute sagen wenn leute irgendwann werden leute sagen kennt ihr das jeder hat ja oft auf der arbeit irgendwie so einen kollegen der ständig nervt und der ständig irgendwas produziert der schreibt gedichte und er schreibt dies und das und er produziert das und nervt einen immer hör dir mal das an hier ich habe das gemacht ich habe ein neues lied aufgenommen ich habe das aufgenommen ich habe einen podcast gehen die das so ein kollegen hat jeder auf der arbeit ich habe davon zwei eigentlich sogar noch mehr also zum zum gedichte schreiben fällt mir unser jan ein zum lied schreibt mir unter anska ein und noch wir zwei idioten ja also wer es noch nicht gemerkt hat wir zwei sind übrigens lehrer unter anderem ja unter anderem ja wir erzählen jetzt nochmal alle fächer auf das könnt ihr in den anderen folgen nachhören wer interesses daran hat das zu erfahren kann aber eine nachricht schreiben in die kommentare schaut an paul weber schule in homburg unser dienststelle wo wir auch nicht hin können im moment und einige kollegen hören uns ja auch zu und deswegen kommen die auch zwangsweise hier immer namentlich vor aber vor allem weil andere die hat auch immer direkt hier anspricht ja immer ja der antre ist ein ganz schlimmer finger und deswegen spreche ich auch die china kleist an ja meine ehemalige von darin die auch eine fanpost geschrieben hat und gemeint hat ja es wird ja sehr gut gefallen und wir sollen doch bitte weitermachen und china bitte wir machen weiter mit dem mist ja nächste frage das habt ihr davon das habt ihr davon weiter im programm gehen irgendwelche witze die man jetzt man erhält sehr viel witze post man erhält also nicht nur whatsapp nachrichten wo einem gesagt wird hör mal die schwester von meinem onkel die arbeitet im robert koch institut und die hat herausgefunden dass übermorgen sämtliches klopapier nicht mehr produziert wird und dann ausverkauft ist innerhalb von drei tagen man erhält nicht nur solche nachrichten sondern auch sehr viele witze videos die so rum geistern sind die alle cool kannst du dich an ein cooles erinnern dass du gerne teilen möchtest oder empfehlen möchtest dass ich gerne teilen möchte nee also wir haben da so eine nachbarschaftsgruppe whatsapp gruppe und da ist gefühlt alle zwei stunden oder anderthalb stunden irgendwas neues drin da ist echt viel witziges dabei aber auch viel müll ja ich denke das ist normal diese diese memes oder die kleinen videos halt die kursieren ja schon längere zeit seit quasi die sozialen medien gibt ist das ja so ein hype und ich denke da da muss jeder auch ein bisschen so sein geschmack rausfinden ganz viele videos drehen sich momentan ja um das was wir ja in folge vier und fünf ja gesagt haben also gerade fünf sport wie kann man in corona zeiten auch fitness machen gerade immer halt keinen garten hinterm haus hat ja und da dreht sich sehr viel drum da gibt es einige wirklich hilfreiche videos denke ich ja so ein chinesisches video quasi immer auch mit kindern zu hause so mehr weniger sport und geschicklichkeitsspiele machen kann und so das war eigentlich ganz cool ich denke das kennen auch viele ja ich denke ich denke an das wurde ja wo der mann sich in die küche kommt und macht olivenöl auf den fußboden genau und macht dann wie am backofen fest oder irgendwas und läuft dann darauf halt so quasi auf der stelle weil er ja dann so schön rutscht auf dem boden ja wobei das das wird ja irgendwann dann abgebrochen und ich glaube dass es kurz bevor es sich auf die fresse legt aber sehr höchstwahrscheinlich sehr höchstwahrscheinlich ja deswegen habe ich es nicht probiert also heute auch schon dein workout gemacht fünf minuten für den rücken nein das habe ich aber gestern halt tag drei dieses workouts mit den jungs sogar also mit den ältesten zwei gemacht und danach noch 25 minuten anderes workout programm was ich ja schon angedeutet habe das ziehe ich momentan durch ich merke auch wirklich dass ich lange zeit nichts gemacht habe und was ich jetzt kommen wir zu den alten kriegsverletzungen was natürlich brutalstens merkt ist momentan noch mein linkes bein mit dem kreuzbandriss das ja die karriere endgültig auf eis gelegt hat das macht natürlich wegen des verkürzten muskel zum oberschenkel echt puddel so aber das wird hoffentlich kuddel muddel genau das wird hoffentlich bald besser sein wie läuft es denn bei dir es läuft soweit ich mache eigentlich jeden tag was und ich werde auch immer kreativer zum beispiel habe ich neulich dips gemacht unter anderem dips sind im fitness wenn man sich so irgendwelche hanteln in die hände nimmt stop 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 nicht dips sondern schrugs wenn man kennt ja den begriff stark also wenn man die schulter so hoch zieht da macht man in der regel dann wenn man eine frage gestellt bekommt und sagt euro keine ahnung damit trainiert man so den nacken und bisschen die schultern und so und habe von meinem kleinen sohn das bettchen ein bisschen beschwert noch ein paar sachen reingeschmissen und das dann so gemacht aber die sachen sind einfach alle immer zu leicht du machst dann einfach dann 50 wiederholungen obwohl du ja eigentlich für ein bisschen mucki aufbau eher so zehn wiederholungen machen sollte es achtung zehn wiederholungen im sinne von mit einem gewicht wo du auch nur zehn wiederholungen schaffst also nicht nach zehn wiederholungen aufhören weil du sagst ja ich mache nur zehn für muskelaufbau das gewicht muss halt so schwer sein dass du nur zehn schaffst aber das führt es wieder zu weit denn wir sind ja auch gerade nicht beim sport und ansonsten gehe ich heute noch mal laufen habe ich zumindest fest vor weil heute ist ja irgendwie noch mal 17 grad und dann kommt so ein drop und dann ist bei mir wieder so mimosen alarm um raus zu gehen überhaupt und geschweige denn sport zu treiben wenn man so tief durchatmet beim laufen und dann so eiskalte luft einem dadurch schießt also das ist mir zu hart ja da merkt man dass du kein ja also wirklich keine ja richtiger sportler vertrausen halt warst ich meine als als fußballer ist man da ja vieles gewöhnt auch das laufen und auch die wiederholungen bei uns geht es ja eher um ausdauer deswegen ist das mit dem kraftaufbau ja eher hinderlich also wir haben deswegen ja immer ganz anders trainiert aber wie ja wie du sagst sind wir ja gar nicht bei bei sport das machen wir immer anders noch mal aber ist natürlich klar dass das auch nichts bringt mit deinen mit deinen übungen wenn du dann danach die dips machst für die für die nachos das funktioniert ja die dips sind übrigens auch gut aber passt auf wenn ein homework hat euch dann nicht das genick zu brechen man kann so zwei stühle mit der lehne zu einem gerichtet so links und rechts von sich hinstellen da kann man ganz schön dips machen aber man muss wie gesagt vom gleichgewicht aufpassen und nicht ungefährlich aber es geht aber okay gesagt es wird zu weit reden wir über das wunderbare corona bier das grassierte auch als witz viel hin und her das ist glaube ich sehr schnell sehr dämlicher witz und jux gewesen aber wozu es glaube ich unter anderem noch beigetragen hat ist dass ja die die absätze von wirklich von der biermarke corona einfach runtergegangen sind was ist ja genau was ist da los alter weil die leute angst vor corona also ich habe festgestellt ich habe auch erdbeeren gekauft für zu pflanzen ich habe zwar schon welche und die sind bild vermehrt aus den letzten jahren aber ich wollte noch woanders halt erdbeeren halt noch hin haben und da habe ich vorgestern festgestellt dass eine davon auch corona heißt aber die schreibt sich mit k also hat sie wahrscheinlich kein virus in sich aber schön dass du das mit dem bier jetzt angesprochen hast denn ich leite einfach mal über dann zum gedrängt des tages ja darf ich ganz kurz noch den einen punkt ausführen ja darfst du und zwar ich glaube es liegt nicht nur daran dass die leute dann den begriff hören corona und dann denken in dem bier ist corona oder kriege ich den die krankheit oder den virus weil die so dumm sind die leute ich glaube auch einfach dass leute mit namen dann auch irgendwie was verbinden und dann irgendwie da werden auch unter im unterbewusstsein ängste geschürt oder etwas ist irgendwie ein böses zeichen oder ein böses omen ja ich erinnere mich damals wir wollten als wir irgendwie unseren urlaub geplant haben ich weiß gerade nicht mehr ob es die hochzeitsreise oder was auch immer war das war thailand oder bali oder so und dann hatten wir ein hotel das war eigentlich richtig nice was wir dann buchen wollten und das war aber das swastika hotel und swastika ist ja das hakenkreuz ja und dass das ging dann einfach nicht obwohl mir klar ist das ist kein das ist kein nazi hotel das ist einfach in thailand oder da ist das ja auch ein symbol für das wird jetzt zu weit das ist halt da auch ein religiöses symbol einfach nur ja das hat ja hitler auch da ja irgendwo damals übernommen oder ich muss jetzt aufpassen dass ich keinen bullshit verzapfen weil ich mich da jetzt gerade nicht vorbereitet haben das ist das ist so ein symbol vom prinzip her ja genau aber jetzt ist die frage warum ging das dann nicht und dass das nirgern gesagt ach so ich wollte das dann auch nicht ich wollte nicht im hakenkreuz hotel dann eine verlobungsreise oder meine hochzeitsreise das ging irgendwie nicht und sagen dann kein corona bier oder so ist okay ich verstehe das du wolltest also nicht dass deine ehe tausend jahre hält ist okay ja genau und ich wollte auch nicht dass das dass meine ehe zu ich wollte auch nicht und damit kommen wir zum letzten jux für das thema vor dem getränk des tages dass meine ehe zu meinem kampf wird wollte ich auch nicht ja gut aber das da da sind wir alle in gottes hand das schöne ist wir können uns heute gar nicht im thema verzetteln so wie sonst weil wir immer eh nur stuss reden und und ja quatsch und das ist immer jux was wir reden und dollerei dann passt das quasi ja und tolle reise wieso ich mein meg madoc was wir erwarten okay aber damit das jetzt getränkt des tages genau und zwar habe ich lange überlegt ich wollte zuerst irgendwas mit zufallsentwicklungen und zufallsentdeckungen machen aber habe ich gedacht nee eigentlich muss das getränk ja programm sein und am besten ist natürlich dann für sowas bier geil kaufen und deswegen habe ich gedacht ja ich trinke zwar momentan kein alkohol aber da habe ich natürlich was gefunden und ich lese mal ganz kurz die überschreibung von der homepage vor alkoholfreier pilzgenuss java fun ist das ideale getränk für alle die lust auf echten biergeschmack haben aber auf alkohol verzichten möchten noch aktiv sein wollen oder einfach auf ihre ernährung achten jeder fun enthält durch das spezielle brauverfahren null gramm zucker und weniger kalorien gebraut wird java fun als vollbier erst danach wird ihm durch ein besonderes schonendes verfahren der alkohol entzogen wobei die typischen bier aromen erhalten bleiben so entsteht das friesig herbe alkoholfreie genusserlebnis mit charakter markant frisch herab ja genau also wer jeder kennt achtung ich hoffe man konnte es hören wer kennt weiß dass das für den saarländischen gaumen der das gute normale urpilz ja gewöhnt ist sowieso schon etwas merkwürdig ist und ja nehmen trotzdem mal ein schluck jetzt mal davon und wie soll ich sagen es ist richtig es ist kein wasser hat aber auch mit biergeschmack relativ wenig zu tun schmeckt sind so herb wie sony war ja es schmeckt schon her also ein bisschen aber es schmeckt halt auch nach nichts sonst wie halt normales norddeutsches bier halt schmeckt ja wobei bei norddeutsch gibt es unterschiedlich sind java furchtbar becks naja wenn dann flensburger also flensburger finde ich echt geil flensburger sehr schön das bringt mich gerade zu mir hatten 2009 und grüße raus an alle die damals dabei waren einen sensationell geilen bei jux und dollerei sensationell geilen biertest gemacht da haben wir an einem tag ich glaube es waren zwölf ja zwölf ein dutzend ein dutzend biere verköstigt haben uns allerdings also damals meine meine abi leute waren das wir haben es damals getroffen gehabt bei uns hinterm haus das war irgendwann im frühsommer absolut geiles wetter schon morgens zum frühstück getroffen und haben dann zwölf biersorten quasi getestet und da kam das flensburger pilz aufgrund seines naja anfangszeichen fast ja nur herben geschmacks ohne geschmack auf einen der hinteren plätze auf jeden fall okay na gut ich glaube letztes letzter platz war glaube ich germania pilz irgend so ein anderen mist wir haben extra bewusst karlsberg rausgelassen also urpilz weil das konnte ja eh keiner toppen das war uns vorher schon klar und wir haben auch sehr breites publikum also liebe kurs an katrin heike raschit und tobias die damals mit getestet haben wir haben also wirklich uns mühe gegeben das ganze auch dann zu verorten in so einem in so einer checkliste und gewonnen hat hatte damals übrigens dann auch ein lokales bier nämlich bruch number number one und wir waren erstaunt dass bitburger relativ weit vorne gelandet ist auf platz zwei nämlich ja es ging aber nur um pilz muss man dazu sagen keine keine anderen form ja gut jetzt ist alkoholfreies bier sowieso was weiß ich relativ häufig momentan trinke aufgrund der tatsache dass ich ja dem schnöden alkohol jahr ins sage bis zur geburt meines vierten sohnes und ja das lieber fun ist halt besser als wenn man wasser trinkt sagen wir mal so der ganzen tag wenn man wenn man mal einen anderen geschmack haben möchte und ja okay aber letzten endes seien wir seien wir doch mal ehrlich ist alkoholfreies bier doch einfach ein scherz ja genau und so schließt sich der kreis genau und das bier hat also seinen namen zurecht gut vielen dank für das getränk des tages ja es darf nicht fehlen heute wird es übrigens auch dann wieder ein zitat von mir geben am ende und diesmal sogar per original tonaufnahme mehr oder weniger dazu dann am ende mehr ja ja sollen wir mal über die wunderbare kategorie sprechen mit dem wunderbaren namen morgens recht mittags frei ja bitte ich bitte darum darf der lehrer auch witzig sein da ich finde ich drehe es um darf ein schüler auch wirklich mal lächeln oder mal ein schmunzler oder vielleicht sogar lachen wenn der lehrer witzig versucht zu sein weil das ist eigentlich so ne darfst du ja nicht so alter du kannst doch nicht lachen wenn dein wenn dein deutschlehrer witz macht bist du behindert das nicht drüber lachen ist wie uncool bist du denn wenn lehrer witz macht dann hast du dem gefährlichsten stift an den kopf zu werfen hör mal ins auge wollte ich ja genau das kommt glaube ich darauf an welches bild auch der lehrer abgibt dass man nochmal bei unserem berufs business ja vorbild zerbild abziehbild bist du wenn du vorbild bist bist du eher der der wirklich auch witze im unterricht macht einfach regelmäßig oder ist es eher so es passiert halt manchmal situations mäßig weil seien wir ehrlich schüler bieten einem da auch einfach oft genug vorlagen an oder bist du wirklich so nach dem motto wir haben jetzt 45 minuten da wird knallhart gearbeitet da ich das selbst nicht hinbekomme mit dem 45 minuten knallhart zu arbeiten was eher mit anderen sachen zu tun hat unpünktlichkeit unpünktlichkeit wer das ist ja die frage was macht man da morgens oder was macht man auf seiner arbeit ist man man selbst ist man jemand ganz anderes spielt man eine rolle auf der arbeit und wirft die dann so bob hält so mäßig dann quasi ab wenn man aus dem sacred hart raus geht um jetzt bei und jetzt ein begriff von clubs natürlich dann zu verwenden den begriff eine zähne aus club zu verwenden wer sich das vorstellt und wer diese folge kennt in der der ernste krankenhausdirektor dann plötzlich die letzte stufe nimmt und dann ein ganz anderer mensch wird dann kann man das natürlich machen dann kann man glaube ich morgens auch auf dreiviertelstunde action schalten und sagen ja spaß hört an der türschwelle zum klassensaal oder vielleicht schon an der türschwelle zur zur schule auf nee also ich kann das nicht ich habe das versucht also mir fällt unheimlich schwer also ich kann glaube ich durchgreifen ich kann auch glaube ich ziemlich pissig sein wenn die gruppe vor mir das quasi verlangt aber ich kann das nicht lang durchziehen ich habe da keinen bock drauf das ist nicht meine mein arbeits ethos ich ja also das heißt du bist auch mal witzig ja ob das natürlich das ist ein anderer punkt ob das natürlich immer alle so witzig finden also manchmal geht es vielleicht auch ein bisschen zu sehr in die satire ebene oder ironie eben das versteht jeder unbedingt aber ich glaube das ist durchaus auch also ich habe da auch ein gutes vorbild gehabt mit dem osg leitergott klaus welsch ne der das ja ähnlich praktiziert hat liebe grüße an unseren ehemaligen abteilungsleiter im oberstufen gymnasium ja nee also das war schon immer meine art auch schon im praktikum als ich angefangen habe die ersten schritte auch dann später in der wachsenen bildung zu gehen ich kann gar nicht anders ich kann auch im training bei meinen bei meinen kindern wenn ich da die die mannschaft trainiere kann ich auch nicht immer alles völlig ernst machen dann muss ich auch hier und da mal spaß machen dass das liegt mir einfach so in der natur das geht dann anders ich denke dass ich das macht glaube ich auch einen guten lehrer aus der wie soll ich sagen ja auch auch bisschen natürlich irgendwo auch ist ne also für mich geht das gar nicht anders ich meine wenn ich ein anderer beruf hätte und ich hatte ja schon einige berufe noch also ich habe ja und da mit einem liebe gruß auch an alle leute im einzelhandel die aktuell meinen höchsten respekt ja auch haben für das was momentan auch leisten ja mein auch ich habe ich habe ja drei jahre im pennymarkt gearbeitet und wenn ich da netz auch an der kasse meinen flachs gemacht hätte oder halt mit den anderen mitarbeitern oder meistens waren sie mitarbeiterinnen dann auch da hätte auch irgendwie rumgeschäkert hätte oder irgendwie da versucht hat das ganze irgendwie erträglich auch dann zu machen für alle beteiligten nee das wäre das wäre nicht gewesen also einfach hingehen stupide das abarbeiten nee das hat nicht funktioniert alles über das kassen waren stupide genau da habe ich da einen witz klassiker reinschmeißen weil du ja da auch quasi das kassenband in den supermarkt gerade schon so eingeführt hast oh bitte ja ein mann kommt an die kasse und dann geht alles über über das kassenband ne und zwar so ein kleines zweierpäckchen klopapier was in diesen tagen natürlich ein ja das ganz luxusgut lux ja krasses luxusgut ist eine banane ein becher joghurt ein brötchen eine flasche wasser und so keine ahnung und dann am ende sagte kassiererin zu ihm so ah sie sind wohl single und der mann guckt so ja das stimmt wie haben sie das denn ach so natürlich ja weil ich ja die ganzen einzelnen kleinen sachen da gekauft habe ne und die kassiererin so nö weil sie so hässlich sind kleiner vorgeschmack auf das was gleich noch kommt ihr lieben ja da also wenn ich da gerade die kassentätigkeit hole also ich habe ja so ein paar jobs gemacht wo es ja so klassische dumme sprüche von leuten gibt die man irgendwann nicht mehr abhaben kann wie zum beispiel irgend so ein scheiß produkt geht einfach nicht über den scanner und ziehst drüber und es geht nicht versuch es nochmal und es geht nicht und dann so kostet nix ja witzig den spruch den spruch habe ich heute noch gar nicht gehört ähnlich wie man den spruch niemals gehört hat ich habe ja auch wirklich über zehn jahre als als kellner oder im party service gearbeitet also mit 14 angefangen und dann ganz ganz lang in dem metier gejobbt da sowas wie man läuft mit dem vollen tablett oder mit 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 den tellern durch die durch die durch die gäste und dann so klatsch mohe so witzig na auch so voll horst noch nie gehört idiot ja das sind so super sprüche also da möchte ich alle bitten die für drei cent denken können sollte mit der mit der intention vor allem auch herzumachen ich bin der erste der auf diese idee kam das sind auch leute die noch schlimmer sind die sich dann bei dir als mitarbeiter beschweren über sachverhalte für die du ja auch logischerweise nichts kannst wieso und jetzt in der zeit also auch noch mal bitte ganz viel kraft und power raus ihr macht ein hammer job job da draußen das müsst ihr quasi auch noch alles buckeln die leute die im einzelhandel und überall tätig sind und die da jetzt 20.000 mal mehr die regale einräumen müssen jeden tag als normal wäre und dann noch die sachen alle ja da kann der mitarbeiter gerade gar nichts für sondern du und andere die jeden tag der letzten wochen ne fünf packungen statt einer gekauft haben ja aber okay nee aber das mal noch mal bei einem anderen punkt was ja momentan auch so so ein gag ist der in den sozialen medien kursiert ist ja das jetzt ja eltern merken dass gar nicht lehrer schuld sind und das ist ja also ne quatsch nur also nur so am ende aber da denkt dann bitte dran dass die leute da im geschäft nichts dran machen können und auch nicht als prellbock herhalten müssten für euren frust der durchaus vielleicht berechtigt ist teilweise aber da sind die leute netter für verantwortlich klopapier gut aber nicht vom papier weg ist eigentlich gleich was zum papier sagen ich wollte nur eine sache sagen für die kassierer und kassiererin zum beispiel ich habe da so ein zeitvertreib gehabt ich habe mich immer tierisch gefreut wenn zum beispiel ein runder betrag auskommen das war so ein highlight des tages oder wenn ein betrag auskamen den ich mit einem historischen vereignis verbinden konnte und da kommt natürlich der 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 geschichte heraus zum beispiel 18 71 auch cool reichsgründung geil ja mega gut ja genau so oder 19 euro 54 erster weltmeister titel ich dachte auch 45 aber okay und da kann man sich auch ein bisschen auch ein bisschen die zeit dann versüßen okay jux und dollerei müßig gang ist lasst da anfangen schieß los philipp was wolltest du zum kopf hier sagen ja ihr habt die wahl ich halte einen vortrag über klopapier und seinen wert in diesen tagen oder ich komme zu dem was ich vorbereitet habe sogar ein papierform vor mir habe ihr wollt das oder ihr wollt das das ist so hier gab es auch noch so ein video das rumging wo wo der typ irgendwie gefragt wird du bist jetzt in quarantäne und zwar du hast aber zwei möglichkeiten du verbringst die quarantänezeit mit deiner frau und deinen kindern b b b b b b b genau ihr wollt doch auch b ok ich habe für euch vorbereitet wir gucken auch ein bisschen auf die zeit liebe größer meine familie wir wollen ja heute ein bisschen mal unter einer stunde bleiben zuletzt sind wir ja schon immer ein bisschen über die strengen geschlagen ja ich habe vorbereitet der jokes wo passt das hin wenn ich in diese folge für uns beide wir sind ja auch beide das ich bin der anfänger dad und du bist der pro killer dad der der vierte sohn kommt schon der pro killer dad damit sind wir noch mal bei den loobs und cheatern und super e-sport playern vom vorge 5 zurück aber aber ganz kurz noch an alle e-sport player denkt dran wir haben ja schon letzte folge gesagt für euch ist das ja jetzt kein neuland zu hause zu bleiben aber ich erinnere noch mal an 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 south park make love not warcraft die warcraft folge von south park ist ist wirklich göttlich ja aber okay darum geht es jetzt nicht ich habe zusammengesucht aus twitter beiträgen und aus anderen beiträgen und aus meinem persönlichen fundus wie auch immer ich werde jetzt versuchen einen kleinen rekord im podcast business aufzustellen ich werde jetzt zehn der jokes das heißt also witze die von typischerweise von vätern gemacht werden oder auch von lehrern die sich dann für witzig halten die sind auch immer sehr kurz und meistens sind auch wortspiele das passt ja auch alle raus ballern andre wird versuchen nicht reinzulachen und reinzubrüllen auch wenn es schwierig ist weil er auch dann wahrscheinlich ab dem dritten nicht mehr können wird entweder vor lachen oder vor wut oder vor schnarchen ich versuche es ja genau versucht sein schnarchen und schreien und lachen zurückzuhalten okay dann seid ihr bereit jetzt los mit zehn wunderbaren der jokes drei zwei eins im restaurant kommt der kellner und fragt hallo ich bin heute ihr kellner darauf der papa natürlich hallo ich bin heute ihr gast der teil nummer zwei der kellner kommt wieder wir sind immer noch beim kellner darf ich schon die getränke aufnehmen der papa ja ich hätte gern einen fußgänger ach nee einen rad laut schuldigung nummer drei beim grillen ist auch beim saarland wunderbar passend jetzt beim grillen hey nächstes mal aber mal griechisch mit lamm nö ohne kohle nummer vier die forscher haben letztens herausgefunden sind dann aber direkt wieder reingegangen das passt zu den whatsapp nachrichten die gerade überall rumgeschickt wird nummer fünf wie nennst du eine besonders tolle ratte ja ich würde sagen die ist maus gezeichnet oder nummer sechs was hast du wenn ein vampir dich gebissen hat ich würde sagen das ist eine schlürfwunde nummer sieben das kind ist am zetern darauf fragt man als toller papa natürlich hey bist du eigentlich katherine zeter jones nummer acht der nachrichtensprecher heute diese lotto zahlen wie immer ohne gewehr darauf der vater vom fernseher zu seinen kindern aber dafür diesmal mit pistole oder nummer nein unsere oma kinder wusstet ihr das ist übrigens beim fbi deswegen nennen wir sie auch nur noch top siegred und die nummer zehn betten machen war noch nie so mein thema das macht die mama also bei mir fehlt dazu einfach der bezug so das war es das war meine fresse aber okay ein bonus nein nein also aus besonderen gründen aus wichtigen gründen und auch schutznahme schutzmaßnahmen schutzmaßnahmen habe ich hier kein wortspiel über veganer jetzt drin gab leute mit essbehinderung sollte man nicht jetzt noch mehr gedisst werden weil wortspiele über veganer die kann man sich auch einfach schinken ja so okay dann geht es jetzt wie kommen wir raus aus der geschichte ich komme raus mit einer anderen sache und zwar gibt es noch was was auch völlig jux gedöns mäßig ist und was einem sich so ins hirn einbrennt dass es nicht mehr anders geht und das sind nämlich songverhörer und zwar erst dann allerdings wenn man auf den songverhörer auch wirklich aufmerksam gemacht wurde vorher merkt man es eventuell noch nicht aber es gibt eine latte dass man bei dem begriff aus folge 3 noch mal ja von von songs die man wenn man den songverhörer mal kennt nie wieder anders hören kann und ich möchte nur gerade jetzt mal vier stück da anteasern nämlich zum einen natürlich avil taville mit der tobt der hamster vor deinem fenster okay gut dann irgendwas ich weiß gar nicht von wem das ist aber dann kommt da irgendwie wann kommt die sahne und soll eigentlich sonne reichen und dann geht da geht der gärtner von michael jackson da geht der gärtner grüße an elias und natürlich agate bauer ja agate bauer ich dachte die ganze zeit schon agate bauer bei den kenne ich auch genau das ist der klassiker und der von michael jackson war das war das dirty diana oder was ja das sind so ein paar dinge und da gibt es auch lustige videos dazu wo wo ganze lieder quasi songverhörer sind also es gibt ja ach dieses eine spanische lied das vor vor ein paar jahre mal so sommerhit war du meinst du meinst du meinst du meinst das assi jose mit martha ist auf jeden fall die deutsche übersetzung also dass das was man dann versteht und da gibt es ein video dazu was man so findet also irgendwie nosa nosa assi jose mit martha ich dachte an das andere wie wissen der andere mega kracher der latino kracher a wie ich komme jetzt nicht drauf geht da mal mit 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 quasi songverhörern schwanger ihr könnt könnt ihr könnt ja eure lieblings songverhörer in die kommentare schreiben dann werden wir das vielleicht irgendwann mal aufgreifen und da ein riesen medley ausmachen ja gut okay also so viel songverhörer songverhörer es gibt echt ein paar coole das ist ja auch so ein radioformat ja manchmal sind da aber auch welche dabei wir rufen ja manchmal so dann sind dann so zuschauer nicht zuschauer zuhörer an radio zuhörer an und bringen dann ihre wenn ich das manchmal höre im radio da denke ich aber auch alle sorry lernen einfach mal englisch oder lass es ja ja also sorry es gibt aber manchmal auch gute also agathe bauer ist schon so ein klassiker gut wie gesagt gibt das ja auch bei deutschen hitzen da tobt der hamster ist ja jetzt nichts was hängt ja dann englischen aber okay sehr schön sehr schön findet ihr es auch schade dass andre die nicht wirklich richtig komplett gesungen hat die songs findet ihr es auch schade dass andre überhaupt nicht singen kann aber davon ab tut mir leid für die ohrenschmerzen aber wir könnten jetzt eigentlich hier an dieser stelle an dieser stadt mit doppel t an dem wir uns jetzt gerade befinden eigentlich gerade vielleicht einen sinnvollen break machen ja und so dinge wie zum beispiel die mega geilsten komödien der welt nackte kanone oder sachen von mel brooks oder ja da ist viel jux in film und weil das das sprengt komplett den rahmen aber wahrscheinlich zwei kann man sicherlich mal nennen was kommt oder monty python ist natürlich ja also da können wir einfach mal kurz drüber nachdenken was da eure highlights sind das werden wir denke ich extra in einem kapitel komödien vielleicht mal abhandeln wir werden auch sicherlich das kann man vielleicht schon mal sagen andre sagt ja in jeder folge mit also die begründung ist folgende andere schreibt sich immer 20.000 sachen auf und davon werden dann drei dran und dann sagte so ungefähr jetzt in dieser folge wäre eigentlich auch der zeitpunkt wo andre dann immer sagt ja wie ihr merkt schon wir müssen das thema noch mal aufgreifen das wird dann später noch mal kommen und noch mal ja und da deswegen wollte ich nur sagen auch zum thema werden schon mal das thema großes kino da ging es mehr um das erlebnis kino ins kino gehen es wird sicherlich also nicht sicherlich auf jeden fall auch mal eine folge wo es wirklich um film das medium film geile filme komödien und so weiter gerade auch schon gesagt gehen wird also das hat uns noch nicht ganz verlassen nicht nur das sondern wir sind ja germanisten und wir sind autoren haben wir ja schon festgestellt zumindest mal anfangs autoren amateur podcast amateur autoren ja amateur fußball profi profi hallo hallo also sowie germanisten und amateur musiker manche von uns auch noch aber okay genau und wir haben dann auch schon eine also ein interview partner schon mal angefragt natürlich auch für ein thema liebe größer an thomas scherer wo wir uns auch mit dem thema befassen werden nämlich das buch zum film ja genau ja das thema hatten wir ja schon in unserer ds fortbildung zum thema dramatik im sinne von denkt man daran wie wie peter da zurecht aus dem sattel ging und gesagt hat habe ich mir direkt bei gesprungen dabei gesprungen aus an alle lehrer im saarland die das wunderbare fach darstellen das spiel haben ja ja da das ne also da schreibt so ein dichter ein theaterstück und warum ist warum zur hölle ist kein regisseur dieser erde in der lage dieses stück auch wirklich so aufzuführen außer peter stein der versucht hat richtig richtig wollte ich gerade sagen die stein auf der ist natürlich mega und da frage ich mich warum geht das sonst nicht und das denke ich mal auch immer immer ready player one warum bekommt dieser steven spielberg der eigentlich so ein guter regisseur ist das nicht hin dieses buch auch wirklich genauso zu verfilmen als natürlich nicht in gänze alle 4000 seiten oder was es hat aber warum müssen da solche nicht spoilern ich habe hier liegen seit jahren mach das mal ja also wie gesagt dann guckt er den film dazu an denkt oh mein gott das habe ich mich auch gedacht aber dass das diesen fragen werden wir auf den grund gehen und jetzt sollten wir wirklich gucken dass wir die kurve wir kommen jetzt raus und zwar unter einer stunde ja und das war eine folge zum thema jux gedöns jux und dollerei ihr habt heute auch was gelernt denn es müsste eigentlich heißen tollerei soll keiner sagen wir würden auch nicht auch unserem lehrauftrag immer wieder nachkommen hier auch in corona-quarantäne-home-office-zeiten wir haben wunderbar viele witze und quatsch gehört von uns heute sogar noch mehr als sonst sowieso schon und was haben wir noch gemacht ich wollte noch kurz sagen natürlich hier in unseren breiten graden wurde im saarländischen ist ja das t ein buchstabe der einfach nur platzhalter ist im alphabet aber ja selten ausgesprochen wird ist dollerei schon richtig ja ich glaube aus meiner aus meiner prierischen heimat auch und wenn du soweit fertig bist ich bin soweit fertig was sollen leute noch in die kommentare schreiben letztes mal gab es auch mal ein paar kommentare bist du eine empfehlung raus was sollen leute in die kommentare vielleicht mal schreiben ja wir haben die lieblings song verhörer eben schon gehabt ihr könnt gerne weitere themen vorschlagen wir haben natürlich wie gesagt das habt ihr schon ein bisschen vorgeplant aber gerne eure anregungen was hättet ihr gerne als ergänzung zur kategorie welche welche kategorie gefällt euch am besten was findet ihr vielleicht auch unnötig ne ja da wäre ich gespannt drauf ja da wäre ich auch sehr gespannt drauf natürlich kommentare wie alles kann können wir nachvollziehen auch harte kommentare gegen meine wortspiele witze und der jocks auch ich habe es ich habe darauf verzichtet noch beim bei der kategorie wir als lehrer also morgens recht mittags frei noch das war mein dasein als englisch lehrer mal anzusprechen der sich auch gern mal als mr pantastic bezeichnet vor den schülern die da dieses aber nie hinkriegen also mit wortspielen englisch die lehrer die schüler noch so ein bisschen weiter zu pushen noch tolle vokabeln und strukturen zu lernen sag auch bitte warum wir auf dieses wortspiel verzichtet haben wegen pandemie genau also in zeiten der pandemie gut aber gerne dürft ihr auch auf auf englisch oder auch auf deutsch noch weitere witze in die kommentare schreiben ja sehr gespannt ja drei vier vielleicht kommen oder ja ja auch bin ich auch sehr gespannt nutzt das medium zum kommentieren facebook wird ja auch kommentiert ne ja wir freuen uns über alle zuschriften um das alte wortnummer zu gebrauchen jawohl hashtag 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 intensivstation wortleiche und wenn wir die 30 also über 30 oder sogar 40 abonnenten schaffen demnächst das wäre auch absolut göttlich ne ja wir werden es hier natürlich thematisieren sobald diese zahl erreicht wurde wir brauchen immer mal nochmal so gründe um am anfang dumm zu labern bevor wir irgendwann mal ans thema rankommen aber wo dumm gelaber bevor wir zum ende kommen möchte noch eine korrektur raus geben zu mir aus der letzten folge klaus kleber du hast auch nicht korrigiert ist ja nicht bei den tagesthemen oder habe ich tagesschau gesagt klaus kleber ist doch heute ja ist er auch ich habe das auch wollte ich noch mal korrigieren ich hatte das nicht direkt gehört bei mir an zwei unterschiedlichen stellen aufnehmen und du hast halt das tagesschau gesagt als ich irgendwas anderes gerade gesagt habe und das ging dann halt über das ja ging jetzt irgendwie so und da hätte ich direkt gesagt mein stopp aber klar wir wurden darauf hingewiesen auch und ja ist okay und damit sind wir am ende wir hauen es raus wir sind unter einer stunde immer noch und wir kommen damit zum ende ja wie immer dann auch noch das zitat der jetzigen folge ich habe eben wir haben ja eben noch mal über die heimatorte geredet also bei mir ist es ja trier das wissen die meisten und ein trierer urgestein das werdet ihr dann gleich heute dann mal hören also ich zitiere indem ich das quasi hier einbaue das kommt dann jetzt gleich der hat jetzt auch für die corona pandemie quarantäne home office zeit was sehr wichtig ist und auch sehr tolles gesagt und damit hört ihr auch mal was so eigentlich die mundart ist mit der ich groß geworden bin nämlich trierer platte also moselfränkisch ja hört euch mal an und zwar jetzt ja und das war das zitat ich hoffe ihr habt ein bisschen was verstanden vor allem wenn ihr saarländer seid oder auch gerne schicken übersetzung in die kommentare okay gut dann in diesem sinne auf bald eure leitwürfe andre und phil diesmal habe ich daran gedacht ja sehr schön ja bis dahin macht uns und damit ihr wisst ja wie es heißt feuer frei tata und tüdelü ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020